Hallo, mein Name ist Bill Tieler. Ich bin von Bolivien, wo ich die letzten elf Jahre habe als Missionar in der Mission gesucht. Unsere Organisation in Bolivien, die heißt MIM, oder Mission, die wir hier kennen. Und wo ich mit der Missionsgeschichte bin, weil ich ein bisschen mitteilte, wo ich zum Glauben gekommen bin, und mein Glaubenswandel bin. Ich bin in Kanada geboren, in Manitoba, in Altona, wo ich geboren bin. Und dort bin ich abgewachsen, weil ich zehn Jahre alt war. Meine Eltern, das war nicht in Forma, die schafften aus dem Ingenieur im Hospital, die die Post abnahe, die die Maintenance da. Und so bin ich in Form abgewachsen, in der Stadt. und meine erste Requerlos, oder meine erste Gedanken, wo ich hatte, von Morden, Manitoba. Und so, wir zehn Jahre alt, wenn ich da war, ich trage. Immer dem, wie mein Dad prägt, war ein Rheinlander Gemeinde. Mein Hängergrund ist Rheinlander. Und so, wenn wir da wurden, dann wird eine Ausbildung, und dann, dass wir, ein größer Part von uns Gemeinde, war es, nach Bolivien. Und so, wir zehn Jahre alt, wenn ich meine Eltern trage, nach Bolivien trage. Meine Schwestern, alle viel Älter sind, so, wir kennen von meiner Schwestern, wo sie mit treten, das muss ich, mit meinen Älteren tun. Und so, wie es mein Daden prägt, wir an die Rheinlander Gemeinde, dann, wir müssen mit vorausgehen, weil wir mit der erste Gruppe, wo wir haben, von einer Gruppe von den Rheinländern, in Trocken, und in 1868, trocken wir dann noch Bolivien. Wir fangen da ganz nie eine Kolonie an, wie wir nicht gewann, eine Kolonie in Kanada sind, nicht Kolonien. Und so, dass ihr alle mit, was sehr näht, vor uns. Und so, ob wir aus dem Kind, das ging schein. In Bolivien, besonders kleine Jungs, das war sehr schein, die stunden zu morgens ab, die Brücken sich nicht mehr unter Schauen tragen, weil es erst nicht kalt ist. Und so eine Brücke, die Brücken sich nicht mehr unter Schauen tragen, dann war ich wieder. Wenn kleine Jungs, wenn die einen Hund, eine Karte, vielleicht auch ein Pied haben, und die können Bühnen spielen, da ist nichts, was dir dann fehlt. Und so, wie wir, mehr um, aber wir hatten immer genug zu essen, wir hatten immer einen Tag, wir hatten, meine Eltern, die leckten sich, und wir konnten sehr gute Kenntheit haben. Wenn es sich schon eine Jugend nennt, dann dreht sich das Bild, oder noch zu sagen. Denn dann wird die Kolonie, die wir alle betrachten, georganisiert, und die wir an Klimawandel struktur. Was ich damit meine, ist die Kolonien, die fangen an Meier und Meierreelen anzuführen. Der Meierreelen, du hast, der strenger Worte, der Meierreelen, du hast, der Meierreelen, muss man merken, dass ich die Reelen haben kann. Wie es meine Eltern prägt, war, dann, wie er eine Verkunft von diesen Dingen. Ich hatte Lothar sich dort angewiesen, dass er erst lange nicht einmal auf der Ferne warst, aber dort ist, was die Mehrheit wollte, und dort ist, wo er auch eine Liedheit hat. Als Jugendlicher würde für die Jugend sehr wenig tun, wie wir nicht erlaubt. Wir können kein Ball haben, wir können kein Spiel haben, und dann andere Dinge, wir können keine Sport, was wir können haben. Und so, dass wir sehr wenig übergebleiben für die Jugend, was wir tun können. Und so, was meist einmal passiert von einer Kolonien, wenn die Jugend nichts zu tun haben, die warnen, wer immer was tun, denn die Jugend nicht mehr tun. nicht mehr. Oder Menschen auch nicht. Wir haben, wir tun immer ein Wort, und wenn wir nicht vor Götet hast, dann wurscht, wann mehr ich vor damit tun, und ich glaube nicht, dass es bloß Jugend gibt, wo das anbelangt. Allemal Jugend in einer Kolonie, wenn wir nicht ohne Götet zu tun haben, dann wissen wir, was dabei sind, und so, dass wir immer die Trinkerei, wie immer damit sind. und so, wie ich immer mag, die Trinkerei, persönlich interessiert mich mit Trinkerei nicht, aber wir haben nichts ohne zu tun, und so, wie ich immer mag, und so, wie wir wirklich nicht, beten wir nicht, ich soll nicht zu sein, als wir das einzige Junge zu tun haben, aber ich werde immer in der Gruppe, wie ich immer, wie wir in Taub haben. Und ich wusste, ob bei immer, was ich tun soll, wenn wir nach der Dieitsche Schule gehen, und nach den Stauz hier, wo ich nach einer Kolonie in der Dieitsche Schule gehen und so, ich konnte gut lernen, ich habe im Kirchismen sehr gut, sehr gut, und der Heilsplan ist im Kirchismen sehr klar geworden. Und so, ich wusste immer, was der Heilsplan war, nicht, dass ich das war, aber in einer Kolonie, in einer Troik, da wurde sehr wenig von gelehrt, und so, ich hatte zwei Dinge, wo ich zum Glauben käme, und dass wir in Amstern, dass wir nicht so viel kläger werden, oder weiser werden, dass alle andere Jugend wo ich mit Taubhausen das ist meist China, von diesem Ampatiet, aber das waren wir auch noch nicht. Und, das war ein zweites Jahr, wo ich war, mein Dad, wir vom Nieren geboren, und ich würde noch mal, wenn wir ein Jahrstuhl haben, da würde ich noch mal sein Zeichnis mitteilen, wo wir zum Glauben gekommen, und das andere Ding, was mir helfen würde, wie ich konnte in Kürkissen, die Kürkissen, das sei klar, in der Frage, dass ein Mensch vom Nieren geboren wurde, und dann wurde das, ja, denn auch die neue Börd, wird niemand das recht gar zu sehen, denn das ist doch die Kürkissen geschrieben, aus Mähle, und so, ich wusste immer, was ich zu tun, nicht, dass ich das war, aber ich wusste immer, was ich zu tun. also, ich bin hier von 20 Jahren, aber ich bin mein Kind, und so, aber ich hatte halt, dass wir noch nicht wirklich, wo einer dort mitteilen konnte, aber wer einem würde machen, am Glauben zu wissen. Ich war ein paar Jahre in meine Geschichte hier, und wo ich sie, wo ich sie, wo ich sie bekomme, wo ich finde sie, und ich weiß, dass meine Geschichte nicht mehr, oder schlechter, oder gerade, aus, aus diesen anderen Menschen, wo ich kann, aber ich lebe wieder in der Haft, in meiner Geschichte, denn meine Geschichte, möglich, kann wir ihm zu sehen sein. Ich bin immer, wenn ich saß, zehn Jahre, dort, wie weiß nicht, alle in der Jugend, die Jungs, die Kicken in die Mäuße, und die Mäuße, die Kicken in die Jungs, und ich wundere, wer wird mein Liebespartner noch mal sein? Und so, ich wüsste nicht, wo ich da, wo ich der Name gehen soll, ich kann das nicht, ich verstand das nicht, ich hatte keine Erfahrung. Und so, ich wüsste, dass da wir in der Delfin im Jahr, was da wir in der Leitersche mag, aber, wenn ich die Beobachtenden mir lebt, bloß so, die hatten, die hatten, die hatten, die hatten bloß keinen Charakter, die jibberten bloß, und eben, zwischen den Uhren hatten sie noch. Und so, ich konnte nicht sagen, dass ich mit so einer Person, wo ich bloß nie muss, ich kann taub an einem Haus wohnen, dort kann ich, kann ich nicht schreien, wenn das dort. Aber ich wüsste nicht, wem ich würd sollen, nur checken. auch, wo du wieder das ein Mal im Dorf, da war ich mit Lothar befrieden, Martha, sie ist so eine Driegerschfamilie, der leidet schmack, und das ging schreien, und wir werden mir mal, wir werden abe taub, aber, ich würde mich nicht, an er, 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 wie, es war's, vielleicht wird es nicht schréeffen, dann soll ich da waren, und, und so, ich rufte auch nicht in der Stadt dast Mysterien, und wir spazieren immer ein bisschen weit unten und mit Flitzes dort. Und ich weiß, einen Tag, dann trieh wir in Norracht, ich war dann bei meinem Haus, wir wohnen in das nächste Dorf, und da vertalte ich uns, dass die drei, was mein Schwerfuhrer war, was ich warst, dass wir mit einem Träckter umgestellten, und wir dachten, dass wir mit meinem Träckter klammten. Und so, Martha und ihre Familie, ich war dann, wir spazieren in den Bäschen, aber ich war dann bei der Familie. Und so dann, ich beobachte mich noch, ich war nicht direkt mit Marco, aber ich beobachte, dass wir hier in den Bäschen taubten. Und dann beobachte ich, ja, wir sind von einer großen Familie, da waren vierte Kinder in die Familie, und sie war das älteste, er war das älteste, das war Joost befried, und er war noch ein Bruder, und dann war sie das nächste. Und so, sie, und ihre Mama, die wir sehr, sehr durchgeschlagen, die wir sich nicht haben und nicht her, und so, wie ich beobachte, dass wir das durch hoffen sind. Und so, Martha, die wir dann 17 Jahre alt, wenn sie das passiert, und sie nahm das ganze Haus, nahm die Eva. Sie wir dann die leider an das Haus, und sie hat jüngere Zerstin, auch, was die wir nicht geholfen sind, aber sie, sie leidet an, sie leidet ganze Haus an, und ihr Bruder, die leidet bieten an, die Wirtschaften dort, aber Martha, die leidet ganze Haus an, da waren drittien Känger, da waren viertein Menschen am Tisch, und ich beobachte mich dort, die hat alle Dagen, die hatten die drei Mahltiten in den Dagen, die hatten alle reine Kleider, das Haus, das wir besorgt, da wird Brot gebackt, da wird eaten am Tisch, und dort leidet sich alle an. Wenn ich sage, das sage, dann wird sich hier wie ein Meier, als bloß eine Strom im Jahr. Hier wird eine wirkliche, starke Person wie die Bern. Und dann leidet ich mich an er noch, und ich leidet er und mich noch, und ich ging doch dichter, nur er. Dann hat Gott mir das Gebet geantwortet, wo ich nicht gewusst, dass ich wirklich, und ich bete an Gott, wo ich nicht wirklich interpretiert werde, und er antwortet mich danach, so dass mir dort abfällt. Und so das ist, wo wir uns befrieden. und dann, wir waren immer noch ein paar Jahre, und dann, wo wir von dann, wenn ihr dad starf, weil ihre Mom im accident, wir haben immer 7 Jahre in Nordem. Und so, wir gingen die Tieding, in der Nacht, wir fuhren auch Fuß, und da, Martha, ihre Momin, er ist jetzt, 13 Jahre schon, und so ist die Strom, so ist die Strom, so ist die Wege, so ist die Feinde, in einem Jahr, 13 Jahre, wir waren am 4, verletzt worden. Und so, wir fuhren, 14 im Hospital, die waren im Hospital, die leben im Bad, und die waren sehr verbrannt. Und, die haben sehr, sehr, gut geholen, ich glaube, es sind wenig Dinge, was da so viel Weide gab, als, als verbrannt, und die, die Hüte verbrannt, und die Fleisch verbrannt, und die, die haben reingemacht, am Hospital, die haben sehr, sehr große Weide, und die konnten sehr wenig anbieten. Und so, die, Martha, ihre 6. Nellie, die starb, nach dem accident, und Martha, ihre Mom, die starb, nach dem Heimaldreiweg, nach dort. Und so, nun haben wir ein Haus, wo wir noch saßt, wo wir noch ein Haus waren, und die hatten keine Mama, und keinen Papa. Und wir wohnen in einer Kolonie, das, die Kolonie systemhaft, sehr wenig genut, in Barmherzigkeit, für seine Kinder, dass wir sehr, sehr schlafen, wir haben sehr, sehr gegräbt, und Eva. Und, und natürlich, will es, dass Martha, ihre Schwester, und ihre Mama, die gegräbt sich, nach Dallas, vor der Agtheid. Und so, und dann, hat wir noch ein Jahr nachdem, meistens ein Jahr nachdem, hat wir noch ein Baby. Und, dort auch, ich glaube, dass die größte Part, will es für gegräbt, und so schämtlich sein, dass das Baby nicht gesund wird. Und das wird, mit Tide geboren, und nicht alles, die, die, die Böcke, die Leber, wie in nichts, ist er geformt. Und, auf jeden Fall, starf von Fief weg. Und so, wir hatten, eine Zeit lang, wo wir, so sehr deep, so sehr deep, so sehr deep, geredet werden, wir hatten, Und ich konnte mich nicht sagen, ich glaube auch manchmal in einem solchen Gedanken, die in einem Denkungen haben, als ein bisschen vermischt. Aber ich konnte mich nicht denken, dass die Jemals haben geblieben, ich konnte nicht, dass wir einen Akkord haben, dass die Jemals, als wir hier kommen, bloß als Mouten machen, und sehen, wie wir dachten, ich konnte mich nicht sagen von irgendetwas. Wir waren jung und nicht hiervoren. Ich wusste nicht mehr, wo ich Martha soll treißen, ich wusste nicht, wo es ein Miesel treißen. Und so wir waren, wir waren alle Bäder allein auf unserer Weg. Wann wir taub waren, wir hatten eine gute Idee, wann wir taub waren, wir waren noch einmal allein, wir waren noch einmal. Und so wir haben in so einer Dinge, da haben wir ein paar Jahre, wo wir sehr, sehr schwer gelesen haben, und fragte einer Gott, warum leidst du uns durch so ein Toll der? Aber ich weiß auch, da sind sehr viele Menschen, wo wir durch die Toll schauen, auf verschiedenste Weg, auf verschiedenste Ursachen, aber ich wollte noch ein kleines bisschen nach Widerreden, und das ist eine Sache, ich wollte hier nicht mehr abholen, aber ich wollte noch Widerreden, weil wir sind nicht durchgebleiben, wir haben sich gehört, und da will ich das nächste Mal von reden. So, passt ab, wenn das nächste Programm rutsch, da will ich uns vertellen, wo wir können sichern an dieser Dinge. Aufsehen.